Hallo, ähm, ich habe ein Gedicht geschrieben für meine Freundin, die hat mit ihr Schluss gemacht und ja, ich würde es gerne vorlesen und ich würde es freuen, wenn ihr euch in meiner ganz offen darüber äußert. Ja, ich würde es gerne vorlesen. Wir hatten schwierige Zeiten, das weiß ich gewiss und das nicht selten an unserer Beziehung ist. Doch seit kurzem lief es sehr gut, ich machte mir viel Mut. Dann knallhart, ich mache Schluss, ich weiß, dass ich was ändern muss. Es war ein heftiger Schlag ins Gesicht, schlimmer geht es einfach nicht. Ich weinte viel und mir schmerzte sehr, aber ob es so viel besser wäre? Nein, ich denke nicht, oder ist dies nur meine Sicht? Ich habe eine letzte Frage an dich. Wollen wir es ein letztes Mal versuchen oder werde ich vergeblich nach der sehnten Antwort suchen? Ich liebe dich. Ja, also mich würde es echt freuen, wenn ihr eure Meinung ganz offen dazu äußert. Wollen wir einfach ein paar Sachen ja... Danke. Vielen Dank.